Setz dich aufrecht hin, wenn es geht, mit geradem Rücken und doch entspannt. Nimm einen tiefen Atemzug in den Bauch und entspanne. Jetzt ist der Moment, hier anzukommen, in deinem Bauch, in deinem Körper, mit all den Gedanken und Gefühlen, die jetzt eben da sind. Entspanne, innerlich. Es gibt nichts zu tun, du kannst einfach hier sein. Alles, was vorher war, spielt keine Rolle und auch was nachher kommen wird, hat jetzt keine Bedeutung. Dieser Moment ist gut. Du hast alle Zeit der Welt, nur hier zu sein. Atme sanft, freundlich und aufmerksam in den Bauch und wenn der Atem hereinkommt, wird der Bauch größer, wenn der Atem hinausgeht, wird er flacher. Und während du jetzt so im Bauch in deinem Zuhause ruhst, hast du schon den ersten Schritt des Loslassens gemacht. Hier sein, entspannt in den Bauch atmen. Die Aufmerksamkeit nach innen lenken. Zu dir. Zu diesem Gemisch aus Empfindungen und Gefühlen und Gedanken. Das, was dich jetzt eben ausmacht. Was du wahrnehmen kannst. Lass die Hände los und die Schultern. Lass die Hände los und die Schultern, den Kiefer, die Augen und die Gesichtsmuskeln. Und wenn du noch eine Stelle im Körper findest, die besonders angespannt ist, dann bitte sie zu entspannen. Du bist da mit deiner ganzen Bewusstheit, du brauchst nichts festzuhalten. Das bist du. Dieser gelöste Zustand von Bewusstheit. Und den kannst du auch im Alltag leben. Erinnere dich daran, an diesen Zustand jetzt. Entspannt, wach, freundlich gesinnt. Und den kannst du auch im Alltag leben. Und wenn Gedanken auftauchen, gehe wieder in deinen Bauch. Atme in deinen Bauch und folge dem Atem nach innen, unten. Und lass die Gedanken sein, wie sie sind. Mit jedem Ausatmen entspanne ein bisschen mehr. Du bist sicher jetzt. Du brauchst keine Kontrolle übernehmen. Du kannst einfach, entspannt, friedlich und ruhig hier sitzen. Ungestört. Du hast jetzt schon einiges losgelassen. Einiges ist abgefallen. Du hast nichts gemacht. Du hast nur sanft und aufmerksam in den Bauch geatmet. Um den Prozess zu vertiefen, atmen wir nun in den Brustraum, ins Herz. Atme sanft und freundlich ins Herz. Entspanne dabei noch mehr. Entspanne den Brustraum, die Schultern, die Arme, den gesamten Oberkörper. Mit jedem Einatmen wird der Brustraum ein bisschen größer. Dehnt sich dein Herz aus. Und mit jedem Ausatmen lässt du noch ein bisschen mehr los. Verfeinert sich deine Bewusstheit. Verfeinert sich deine Bewusstheit. Das bist du immer. Das bist du immer. So wie du jetzt bist, bist du immer. So friedlich, so freundlich kannst du immer leben. Erinnere dich. Du hast jetzt ein paar Minuten Zeit, diesen Zustand, in dem du jetzt bist, in die Knochen sinken zu lassen, tief einzutauchen, ihn wahrzunehmen als deine Realität. Es ist wahr. So bist du. Das bist du. Das bist du. Das bist du. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Du bist nicht derjenige, der mit der Umwelt verhandelt. Du bist auch nicht deine Gedanken. Du bist auch nicht deine Gefühle. Und du bist nicht dein Körper. Was du dann bist, das erfährst du in Meditation. Wann immer du das Gefühl hast, nicht mehr zu sein, was du bist, dann setz dich hin, entspanne, atme in den Bauch, komm zu dir, werde größer im Herz, dehne dich aus und schaue, wer du dann bist. Und wenn du jetzt dann gleich zurückkommst, nimm dir diesen Zustand mit. Die Bewusstheit darüber, er ist da, selbst wenn du deine Beine bewegst, deinen Oberkörper und deinen Kopf und sogar, wenn du jetzt in deiner eigenen Geschwindigkeit deine Augen öffnest. Die Bewusstheit darüber, er ist da, selbst wenn du deine Beine bewegst. Die Bewusstheit darüber, er ist da, selbst wenn du deine Beine bewegst. Die Bewusstheit darüber, er ist da, selbst wenn du deine Beine bewegst. Die Bewusstheit darüber, er ist da, selbst wenn du deine Beine bewegst. Die Bewusstheit darüber, er ist da, selbst wenn du deine Beine bewegst.